Hallo zusammen, ich bin Silvano und bin im dritten Lehrjahr als Heizungsinstallateur. Du willst wissen, wieso du die Lehrjahr bei der Gräuter Hans AG machen soll? Ich zeig dir wieso. Bevor der Arbeitstag anfängt, gibt es zum ersten Mal einen Kaffee. Und das Wichtigste, er ist gratis. cuam. пон concluding b b b acknowledge Testament Hallo zusammen, ich bin Noah. Ich habe im Gräuter die Lehre gemacht als Heizungsinstallateur. Jetzt bin ich der Zusatzlehre als Gebäudetechnikplaner Heizig. Im Gräuter kann man nicht nur das handwerkliche Lehre, sondern die ganze Theorie dazu auch. Ich höre Melanie im letzten Lehrjahr und bin Sanitärinstallateur in Büsslaufe. Musik Hallo zusammen, ich bin Linus und bin beim ersten Zusatzlehrjahr zum Heizungsinstallateur. Unsere Bude ist sehr gross und wird nicht nur unter der Woche zum Arbeiten gebraucht, sondern auch am Wochenende zum Üben. Musik Musik Hallo zusammen, ich bin Andreas. Ich bin die Ausbildung als Sanitärinstallateur im ersten Lehrjahr. Musik So, gehen wir schauen, wie weit der Silvana schon ist. Musik Musik So, von meiner Seite kann es warm werden. Gehen wir zu Melanie und schauen, ob das Wasser schon läuft. Musik Musik So, das war Ferien jetzt auch fertig. Mal schauen, ob Linus auch fertig mit der Arbeit ist. Musik 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 Ja, aber mehr hat es für ihr Abend gegeben. Und zum Glück, man ist in der dreckigen Arbeitshose noch nicht selber. Musik Und das war nicht alles. Unsere Lernenden profitieren von einer Nichtraucherprämie, wenn sie während der Lehrzeit nicht rauchen. Ich bin Viktor und bin der Ausbilder der Heizungsinstallateure. Musik Ich bin Franzi und Ausbilder der Gebäudetechnikplaner Heizio. Die guten Leistungen belohnen wir mit einer Prämie. Und das in jedem Lehrjahr. Musik Ich bin Mario, zuständiger Berufsbünder für Gebäudetechnikplaner Sanitär. Nach deiner Lehre bieten wir die Zusatzlehre an. So bleibst du garantiert nicht stehen. Musik Ich bin Sarah, zuständiger Ausbilder für Sanitärinstallateure. Und du siehst, bei uns vier bist du garantiert immer in guten Händen. Und wir schauen zu dir und helfen dir bei Fragen und Problemen. Musik Ich denke, unsere Vorteile haben auch dich überzogen. Wir sind ein junges, dynamisches Team. Und bei uns wird die Teamarbeit wirklich grossgeschrieben. Wir helfen einander, wo wir können. Und haben auch an den Ski-Vicents, Sommerfest, Weihnachtsessen und auch am Feueroberbiuspass. Komm doch mal vorbei und mach eine Schnuppenlehre bei uns. Ich freue mich, dich offen kennenzulernen. Musik 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 Ich bin der Noah, nach meiner Lehre als Heizungsinstitut Ich bin der Ausbündner der Heizungsinstellateure Ich bin der Ausbündner der Heizungsinstellateure Ich bin der Ausbündner der Gebäudetechnikplaner Gute Prämien belohne ich mir mit der Rep Ich bin der nochmal dergleichen So, ja, mit dem paar, genau Blablabla Ist das die große Kaffe? Nein, hier ist Patrick Ich bin der Ausbündner Ich bin der Ausbündner Ich bin der Ausbündner